Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir jetzt mal die letzten Tage so ein bisschen die Neuerscheinungen 2018 angesehen und einfach mal geguckt, was so in den nächsten Wochen alles an guten Büchern erscheint, die mich vielleicht interessieren könnten. Und da sind mir auch so einige entgegengesprungen und ein paar davon möchte ich euch heute natürlich vorstellen. Ich würde sagen wir fangen auch direkt mit dem ersten an. Ich habe hier auf meinem Handy alles drauf. Ich habe mir nämlich Screenshots gemacht. Ich glaube bei Lovely Books. Die haben da immer so ein Ranking, was so als nächstes rauskommt. Ich versuche es auch ungefähr chronologisch zu machen. Also die Bücher, die zuerst erscheinen, werde ich auch zuerst euch zeigen und die, die später im Jahr erscheinen, kommen dann eben spät. So machen wir es. Ich habe mein Handy bereit. Das erste Buch, das mich interessieren würde, wäre Was das Herz nie vergisst von Kelly Rimmer. Ich blende es euch hier auch gerne nochmal ein. Dann seht ihr auch mal das Cover dazu. Und in dem Buch geht es um eine Frau. Um eine Frau, ja, ich glaube, sie ist schon eine Frau. Ist kein Mädchen mehr. Sie heißt Sabina und ist gerade super happy, denn sie und ihr Mann erwarten ihr erstes Baby. Freude strahlend gehen sie dann natürlich zu ihren Eltern und erzählen ihnen die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Aber Sabinas Eltern reagieren ein bisschen gehemmt, besonders ihre Mutter. Und nach und nach merkt sie einfach, dass irgendwas nicht stimmt, dass ihre Mutter irgendwas verheimlicht vor ihr. Und dann kriegt sie raus, dass sie selbst von ihnen adoptiert wurde. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man als Mutter das eigene Kind weggeben? Sie wird ja jetzt auch Mutter und könnte es sich gar nicht vorstellen, das Baby, das in ihrem Bauch lebt, so direkt nach der Geburt wegzugeben. Dann beschließt sie, sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter zu machen. Sie hat tausend Fragen an sie und das Warum ist nur eine davon. Und dann steht hier noch, doch was sie entdeckt, erschüttert nicht nur ihr eigenes Leben. Klingt spannend. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon begeistert. Der Klappentext hört sich super gut an. Wie ihr gesehen habt, das Cover ist auch richtig schön aufgemacht. Und das Ganze wird nämlich am 27. August 2018 erscheinen. Das Buch, das dann als nächstes erscheinen wird, kommt am 31. August 2018 in die deutschen Buchhandlungen. Und wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt und auch vielleicht so ein bisschen die Neuerscheinungen auch so auf dem Radar hat, weiß vielleicht auch schon, wovon ich spreche. Es ist nämlich der dritte Band einer Trilogie. Das heißt, das große Finale. Wisst ihr es? Ich rede natürlich von Save Us von Mona Kasten. Wie gesagt, Band 3 der Maxton Hall Trilogie. In dem Ganzen geht es ja um die Liebesgeschichte von Ruby und James. Die beiden wachsen ja in wirklich komplett fremden Welten auf. Sie ist das bodenständige Mädchen von nebenan. Und er ist der reiche Sprössling eines Unternehmers. Und die beiden haben sich irgendwie durch eine blöde Situation kennengelernt und haben sich ineinander verliebt. Und jetzt muss natürlich mein Nachbar mit dem Motorrad vorbeifahren. Entschuldigung. Und jetzt geht es einfach darum, wie die Geschichte mit den beiden das finale Ende erreicht. Wie die Geschichte mit ihnen endet. Denn die beiden haben schon diverse Krisen hinter sich in Band 1 und Band 2. Und was auch noch schön ist, in Band 2 hat man dann auch noch super viel von ihrer Schwester gesehen. Oder sie hatte ihr eigenes Kapitel. Und auch von der Schwester von James. Ich hoffe, in Band 3 werden noch ein, zwei andere Charaktere und ihre Geschichten ein bisschen näher erläutert. Besonders einen Handlungsstrang, der in Band 1 erwähnt wurde. Hat mich fasziniert. Beziehungsweise hat mich sehr neugierig gemacht. Und in Band 2 ist davon jetzt mal so gar nichts aufgetaucht. Ich hoffe einfach drauf, dass da in Band 3 vielleicht ein bisschen näher drauf eingegangen wird. Weiter geht's am 4. September 2018. Da kommt nämlich ein neuer Roman von Aaron Watt auf den Markt. Der ein oder andere von euch wird wahrscheinlich mit dem Namen was anfangen können. Ich kann euch auch gerne mal unten in der Infobox verlinken, was sie noch so Gutes geschrieben hat. Und wenn ihr die Titel seht, dann werdet ihr auch genau wissen, wen ich meine. Auf jeden Fall erscheint am 4. September ihr neues Buch. Das heißt One Small Thing. Eine fast perfekte Liebe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Einzelband ist oder auch eine Reihe. Sie hat nämlich auch diverse Reihen geschrieben. Auf jeden Fall geht's um ein junges Mädchen. Sie heißt Beth. Und ihre Schwester kommt in einem tragischen Unfall ums Leben. Und seitdem ist irgendwie nichts mehr so, wie es vorher war. Sie vermisst natürlich ihre Schwester. Sie war so ihre beste Freundin und engste Vertraute. Und seit ihrem Tod drehen die Eltern auch so ein bisschen ab. Und machen sich mehr Sorgen, als sie es sollten. Und verfolgen sie quasi auf Schritt und Tritt. Sie wollen immer wissen, wo sie hingeht und mit wem sie unterwegs ist. Und muss sich ständig melden. Und lauter so Stalker-Eltern-Dinge. Auf jeden Fall schleicht sie sich eines Nachts auf eine Party. Und lernt dort einen gewissen Chase kennen. Natürlich verliebt sie sich in ihn. Was wäre ein Buch ohne eine gute Liebesgeschichte? Aber nach und nach kriegt sie raus, dass er ein düsteres Geheimnis hat. Und wohl eventuell auch was mit dem Tod ihrer Schwester zu tun hat. Ich bin gespannt. Ich habe mir das Buch direkt auf die Wunschliste gepackt. Weil es einfach... Ich als Schwester... Ich kann es einfach nachvollziehen. Oder ich möchte mich gern in die Situation mal reinversetzen. Was wäre, wenn deine Schwester nicht mehr da ist? Das ist eine ganz, ganz schlimme Vorstellung für mich. Aber ich freue mich sehr auf das Buch und was Aaron Watt aus dieser Geschichte gemacht hat. Dann kommen wir zum 17. September 2018. Da erscheint nämlich Now and Forever, Weil ich dich liebe von Geneva Lee. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. In dem Ganzen geht es um eine junge Dame, eine junge Frau namens Jillian. Und sie hat so, was Männer angeht, so ihre eigenen Regeln. Hier steht nur, ein Tanz, ein Drink, eine Nacht und niemals mehr. Das klappt auch immer ganz hervorragend, bis sie eines Tages den Austauschstudent Liam kennenlernt. Und der findet sie richtig gut und möchte nicht nur eine Nacht mit ihr verbringen und dann auf Nimmerwiedersehen. Sondern er möchte sie einfach näher kennenlernen. Er möchte, dass sie vielleicht eine gemeinsame Zukunft haben und setzt wirklich alles dran, um das auch zu erreichen. Jetzt ist halt die Frage, die im Raum steht, wird er es schaffen, dass Jillian beginnt, ihm zu vertrauen? Oder endet es im Chaos und sie zieht ihre Regeln konstant durch? Aber ich hoffe ja immer noch auf ein Happy End. Ich bin ja so ein Happy End-Junkie. Und wenn ein Buch kein Happy End hat, ich weiß nicht, das mindert irgendwie immer so die Freude an dem Buch für mich. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Ich mache hier oben mal eine Abstimmung, auf was ihr in Büchern mehr steht. Lieber auf ein Happy End und dass man mit einem glücklichen Gefühl aus dem Buch geht. Oder so richtig Drama, Drama mit einem bösen, bösen Ende nenne ich es jetzt einfach mal. Weil, dass man einfach denkt, wow, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Das macht ein gutes Buch für mich aus. Stimmt mal bitte dafür ab. Und dann last but not least. Am 28. September 2018 kommt von Rene Aidy, ich hoffe, das spricht man so aus, das Mädchen aus Feuer und Sturm. Und ich lese euch jetzt einfach mal die Inhaltsangabe vor. Und ihr dürft mir mal verraten, ob ihr an das Gleiche denkt, wie ich beim Lesen gedacht habe. Es erinnert mich nämlich an einen Film, den wahrscheinlich jeder von euch schon gesehen hat. Wir schauen mal. Mariko ist die Tochter eines mächtigen Samurai und kennt ihren Platz im Leben. So klug und erfinderisch sie auch sein mag, über ihre Zukunft entscheiden andere. Als sie erfährt, dass sie den Sohn des Kaisers heiraten soll, nimmt sie ihr Schicksal hin. Doch auf dem Weg zu ihrer Hochzeit entkommt sie nur knapp einem blutigen Überfall und nutzt ihre Chance, die Freiheit zu kosten. Als Junge verkleidet, schmuggelt sie sich unter die Banditen und lernt eine ganz neue Welt kennen. Und sie verliert ihr Herz ausgerechnet an den Feind. Geht es nur mir so? Oder erinnert euch das auch ein bisschen an Mulan? Ich meine, so ein paar kleine Feinheiten oder identische Linien lassen sich erkennen. Ich meine, Samurai passt natürlich auch zu Mulan. Der Kaiser taucht auch bei Mulan auf. Sie verkleidet sich als Junge. Ihre Eltern entscheiden für sie. Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist das auch einfach die moderne, nicht Cinderella-Story, sondern die moderne Mulan-Story. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen und freue mich schon auf das Buch, wenn es dann Ende September rauskommt. Ich habe mir jetzt auch alle fünf auf die Wunschliste bei Amazon gepackt. Die habe ich ja auch immer unten in meiner Infobox. Also wenn euch mal interessiert, was ich so in nächster Zeit gerne noch kaufen oder und oder lesen möchte, dann schaut einfach mal da rein. Da kommt ständig was Neues drauf. Und vielleicht kann ich euch ja damit auch die ein oder andere Inspiration mitgeben. Das war's von heute von mir. Von heute von mir? Ja, gutes Deutsch. Das war's auf jeden Fall für heute von mir. So sagen wir's. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ihr dürft mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, auf welche Bücher ihr euch so in den nächsten Wochen freut. Vielleicht ist da ja auch das eine oder andere für mich dabei, das ich jetzt nicht entdeckt habe bei meiner Recherche. Ansonsten macht euch einen schönen Abend. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Tschüss!